Udo Jürgens, Freunde nah und fern im In- und Ausland, wurde einmal von Kindern gefragt, spielst du eigentlich auch das Lied, das in dem Zeichentrickfilm Tom und Jerry immer vorkommt? Und ob er diese Melodie spielt und sie rasant auf seinem Piano erklingen lässt. Mein Instrument bietet mir auch die Möglichkeit, mit dem Style Dixieland und Tempo 216 ihm ein ganz klein wenig Paroli zu bieten. Dies natürlich in meiner Version. Viel Spaß beim Zuhören! Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, Udo Jürgens hinterließ einen immens großen Schatz an Kompositionen, die er selbst bei seinen unzähligen Konzerten, ausverkauften Konzerten natürlich hochprofessionell mit Gesang am Klavier darbot. Dabei saß ihm nicht selten der Schalk im Nacken und gerne lebte er seine komödiantische Ader auf der Bühne aus. Ja, da ich weiß, da ich weiß, dass viele User Fans von Udo Jürgens sind, werde ich auch das nächste Mal wieder eine seiner Kompositionen spielen. Und bis dahin, meine liebe Freunde, bis dahin wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.